Bolle! Unernst? Sag mal, Bolle, und wieso dürfen wir jetzt hier nicht auf dem großen Fernseherfußi gucken? Das musst du heikel fragen. Wieso denn ich? Du hast sie doch geheiratet. Ja, wie? Und das willst du mir jetzt vorwerfen? Ihr seht's mit Fußball gucken, solange meine Serien laufen. Ja, was guckt die denn? Verbotene Liebe, Lindenstraße, Rosamunde Pilcher? Mach sie nicht wild, sonst gibt's hier keine Schnittchen. Naja, dann müssen wir halt auf dem kleinen Fernseher Weltmeister werden. Ohne Ballack? So, wird das nicht mal was mit der Vorrunde. Also Ballack, hin oder her, da muss sowieso mal frischer Wind in die Bude. Das sind doch alles Profis. Die müssen sich mal bewegen. Außerdem hat das Spiel immer noch 19 Minuten. Das sagst du was, ey. Genau. So, Prost. Prost. Was ist denn jetzt eigentlich mit Schmücken? Hol die Fahnen raus, Bolle. Da soll mal jeder wissen, auf welcher Seite wir stehen. Schön. So, nun mach die Glotze an. Äh, Bolle? Shit. Jetzt der Fernseher runtergefallen. Ja, wirklich. Guck lieber nochmal nach. Ist er denn wirklich ganz runtergefallen? Nee, im zweiten Stock hängt er nicht. Ähm, ernst? Das doch nebenan, das ist doch auch so ne Art Balkon. Oder? Ja, von hier aus sieht das so aus. Hm. Bolle, 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 Bolle! Bolle. Oh, wie du ? Boing, boing.